Ralf, ich hab da ne Frage, warum? Weil ihr wahnsinnig seid! So, die zwei, die quarfen schon wieder. Die quarfen über mich. Es werde zu lang dauern. Aber fliegen dort von denen auch niemand. Beides liegt da. Also, heute, heute haben wir scheiß, scheiß Wind. Schönen Wind. Schönen Wind, ja. Also, ich glaub, die Bühne warten wir nur ab. Aber ich hab mehr mit mir zu kämpfen, als ich stehen bleib. Und mit meinen Augen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020